Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games! Wo ist meine Kuh? Nein, meine Kuh ist weg! Oh mein Gott, wie schlimm! Hast du uns super hingekriegt! Wann kriegen wir mal wieder die Map mit der Höhle? Macht's oder so keinen Sinn mehr, wurde deaktiviert. Das ist die Map mit der Höhle. Hier, Richard, folg mir! Hinter dir! Hier! Wir laufen zur Höhle, ich zeig's dir. Und deaktiviert, du kannst nichts mehr aus den alten Frames nehmen. Okay, warum gehen wir dann noch hin? Weil der Kistensinn. Stimmt, das haben wir rausgekriegt, oder du hast es mir gezeigt auch. Au, der Hund ist ja laut! Ich hab trotzdem ne Waffe bekommen noch. Jetzt einer! Oh, bei mir leckt's Eier, gell? Ja! Richard, tötet dich! Richard, danke! Ich bin nicht so umsatzt. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Wir haben nur einen Schlag gebraucht. Oh, scheiße! Warte, warte! Ich komm hoch! Oder zieh dich zurück! Ich komm auch hoch! Wo sind sie? Sind doch nirgendwo! Da hinten, siehst du die Namen im Berg! Da sind die Namen im Berg, bei der Kiste ungefähr. Geh mal hier rein, mal! Obwohl, da kommt noch einer! Achso, das ist Richard! Ich hätte dich fast erschlagen! Sind da Kisten unten? Lohnt sich's runter? Ja, da sind Kisten! Es gibt uns nen einfachen Weg raus, denn wir müssen uns hier nicht mehr raussterben. Das weiß Richard auch, mittlerweile. Den haben wir bestimmt schon mal entdeckt. Wie dann gibt's denn schon die ganze Zeit? Ähm, ne, seit dem Update, seit dem Update. Seit dem Update. Seit man auch die... Da haben sie noch... Seit dem Update sind auch die Blogge hier drin, äh, Türkis statt... Ich, ich, ich komm mal hoch, gell? In der Stein. Ja, mach! Stefan, hier! Leder Tunik. Und ne Mütze. Hey, eine Tunika! Hm... Ich hab nur dein Scheiß-Gesicht in meinem Gesicht! Ja, ich auch! Deine Fettfresse! Ja! Du hast Iron Man im Gesicht! Ja! Man lasstet mich raus! Oh, meine Fresse! So, wo ist Richard hin? Habt ihr Warten? Hm? Ja, ich hab Goldschwert. Goldschwert. Ich hab Goldschwert. Wohin, wohin, wohin? Hier, Richard. Nimm mal das hier. Ich seh keinen. Na ne, ist grad einer verreckt. Keine Ahnung, wo einer ist. Doch, ich seh einen! Ich seh einen! Oder ist das Stefan? Stefan, du bist bei uns! Ja! Nee, ich bin hinter dir! Der ist so im Arsch! Der ist so im Arsch! Und jetzt realisiert das! Der ist so im Arsch! Fuck! Hätte ich richtig gesprintet, hätte ich ihn getötet. Ich glaub, der braucht nicht mehr viel, gell? Ne, der braucht nicht mehr viel. Außer... Außer er frisst jetzt. Ne, also... Inzwischen müsste er sich wieder regeneriert haben. Oder wir haben ihm halt Nahrung abgezogen. Natürlich! Der hat jetzt Nahrung schon längst verloren. Also wir jagen ihn abarmungslos. Die Hälfte ist tot. Wir sind die Hälfte. Der hat nicht dein Schwert, Alter! Ich hab ein Goldschwert. Der könnte sich jetzt umdrehen und mich noch holen. Ich glaub nicht, dass ihr hinter mir seid, oder? Doch, seid ihr? Doch, ich bin hinter dir. Ich hab gleich keinen Spruch mehr. Stefan auch. Gießt du ihn noch, Leute? Nein, Stefan, da ist er doch! Er ist raus. Hä? Wo ist er? Da ist einer! Damit wir seine Sachen nicht kriegen. Da ist einer! Da ist einer! Wo? Da! Los! Deine Angel, Kumpel! Nein, dein Wolf! Dein Wolf! Dein Wolf! Sorry, aber es musste sein. Was hat der gemacht? Nicht töten, ich hab keinen... Er hat mich angegriffen. Ja, das heißt, du hast mich angegriffen? Nein, ich hab ihn geschlagen. Aus Versehen, weil er so rumgehüpft ist. Junge, kannst du mal zielen? Ach, sei doch ruhig. Okay, nächstes Ziel. So schön, dein Stimmchen zu hören, Richard. Duft euch mal! Duft euch mal! Duft euch mal! Oh, nur Erdwopps. Sollen wir zu dem? Ja, gehen wir zu dem. Ja, wo muss er? In die Richtung. Letztlich extra... Ich find das... Richard, ich kann dich leider nicht ernst nehmen, wenn du mich mit diesem Bärngesicht, mit diesem Pädelbärngesicht anguckst. Das tut mir leid. Wo ist der, Richard? Oh, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Aufs Maul! Oh, der Hund! Guck mal durch hier mit dem Hund! Hä? Der muss doch tot sein! Oh, gut gemacht! Und was hat er gehabt? Jawoll! Es läuft! Ja, und wo ist der Supply Drop? Den haben wir verloren. Ich hab drei Kompass. Äh, Janis läuft schon weiter, nicht dass wir ihn verlieren. Nee, ich scout nur ein bisschen. Nee, der Supply Drop ist hier in der Nähe. Das waren nur 100 Blöcke. Ja, da war er. Da, da. Der wurde genommen. Da landet nicht so weit die Kiste drauf. Siehst du das? Ja, ja. Der war genau da geradeaus. Der wurde genommen. Ja, aber verschwindet die Kiste. Ja, die verschwindet. Ja. Echt? Nein, oder? Hier bin ich schon mal vor. Eigentlich nicht. Nee, die verschwindet nicht. Nee, oder? Die war hier in der Nähe, war das ein Flight Drop. Habt ihr Hosen? Aber ich weiß nicht genau wo. Ja, die an, ja. Eigentlich macht es Sinn, dass er hier war. Habt doch keine Hose. Also jetzt im Real Life an nicht, aber im Spiel schon. Hm. Jetzt hab ich ne goldene Hose für dich. Jawoll. Danke. Die halten das ungeheuer in Zaun. Ich hätt gern Verzauberung. Jetzt wär müssen schnell noch... Habt ihr... Nee, wir haben alle Holzschwerter und ein Goldschwert. Ja. Kein Stein oder so. Keiner Stein. Nope. Irgendwie nicht. Ist hier noch was drin? Nein. Nein, nein, nein. Leer. Alles weg. Moment, ich geb jedem mal von euch nen Kompass. Nein, jetzt warum Wolf Tackle? Jetzt ducken wir uns mal alle. Wir ducken uns mal alle und suchen den nächsten Gegner. Ja. Ja, 49. Die Richtung. Okay. So ist der ist grad in der. Ah, da ist er. Der ist. Hi. Kumpel. Hi. Das ist so... Hi. Hi. Hi, Bro. Wir suchen uns die Gegner und jagen sie gnadenlos einfach nieder. Suchen und zerstören, Bro. Das reicht mich am meisten in diesem Spiel. Das... Oh, ich hab ihn zweimal getroffen. Und zwar hart. Oh, ich schick ihn direkt in die Kälte. Ich lass ihm keine Wahl. Ja, ja, lass ihn. Er ist tot, er ist tot, er ist erledigt, er ist erledigt. So. Duckt euch, duckt euch. Der nächste wird gesucht. Bevor er defn starten kann, duckt euch. Wo ist er? In die Richtung. Knallhart. Erstmal alle essen oder? Damit man genug rennen kann. You can get my diamond helmet, ha? Achso. Der grad gestorben ist. Scheiß drauf. Duckt euch nochmal. Ach, deswegen ist er da reingehen. Ja, ja. Der kommt auf uns zu. Wir müssen ihn sehen. Ich seh ihn. Ja, Tito. Auf geht's. Reiß mir ihn in Stücke. Er ist im Haus rein. Er kommt raus. Ja, dann kommt er nicht mehr raus, wa? Hilf mir! Jawohl, Alter. Ihr habt mich gerettet, Alter. Das war knapp. Mach ihn! Warte, 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 warte. Ey, Jan, das ist so. Wir warten, wir warten. Du dumme Drecksau. Ich wusste gar nicht, dass wir die Letzten sind. Du dumme Drecksau. Komm, lass mal schauen, ob die Kälte ganz in die Wette kommen. Die Verschwendung menschlichen Lebens, ey. Für sowas gab es damals die Euthanasie, du Drecksau. Für sowas gab es damals die Euthanasie, du Drecksau. Echt nicht? Nee. Also, ich habe nicht das Bedürfnis, du gewinnen. Also, mir ist es ein bisschen hart. Das ist jetzt ein bisschen hart. Wir machen keine Rüstung. Nur Holzschwert. Junge. Ich habe gar nicht realisiert, dass es der letzte war. Was ist das denn? 3-Way-Team, Jörn. Supply Drop. Willst du loslegen? Jo. Du hast einen Hund. Töte deinen Hund, bitte. So wie in echt. So wie in echt jeden Freitag. Wenn der wieder nervt, weißt du. Okay. Moment, Moment. Ich habe noch nicht voll Leben. Moment. 3. 2. Bereit? Jetzt. Jawoll. So wie immer. Hey, erster ich, zweiter Richard und dritter... Wir sind alle gut. Okay, das war ein bisschen unfair gegenüber den anderen, aber... Okay, ich habe jetzt Minecraft aus, weil Stefan aufgeht. Die Pussy. Stefan kam doch gar nicht ins Deathmatch. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Wir kamen alle nicht ins Deathmatch, wir haben sich gestartet. Also Stefan. Nein, komm, Alter. Stefan. Stefan, du hast uns was versprochen. Du kamst nicht ins Deathmatch. Nein. Stefan, du hast uns was versprochen. Oh Jungs. Oh Jungs. Moment, ich muss jetzt abrunden. Ich muss dann perfekt abrunden, der perfekte YouTuber, wie ich bin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Stefan, der spielt jetzt noch nicht so, außer mit uns. Bitte sehr.